Der Erdwutter. 3800 Wettkampfeest. Europameister 2006 gewesen. Was macht er jetzt in Edebrecht? Der Erdwutter, der Erdwutter, der Erdwutter. Der Erdwutter, der Erdwutter, der Erdwutter. Der Erdwutter, der Erdwutter, der Erdwutter, der Erdwutter. Der Erdwende, der Erdwutter, der Erdwutter. Der Erdw Philadelphia, erdwutter. Der Erdwutter, der Erdwutter. Er ist primer, ist primer. Die Leistung ist wirklich stark, wie voll, dem Interaktion noch mal ganz hoch, aber auch der Erbutter hat schon immer so seine Probleme. Er kommt nicht in Fahrt, der Erbutter kommt nicht in Fahrt. Er kommt, legt den Sprung erneut, den Stahl unterbrochen. Noch einmal den Erbutter auf Dünz anbringeln. Er quält sich, er quält sich, der Erbutter, es geht nicht mehr, du sollst gewesen sein von der Superstadt-Klasse. Der Nachwuchs kommt natürlich mit rauf, aufs Treppchen. Der zweite Platz geht an den Interaktion aus den Wienerlanden. Und der Sieg geht heute an das Zappo-Team aus den Niederlanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017